Praise Doros! The Unholy are near! Energies of Light! Your Majesty! A new building is complete! Dare you dodge his average? Also ist das auch kein Problem? Your Majesty! A new building is complete! Und der hat ein purer Dodge, deswegen wird er einfach weggebratzt. Aber sicherheitshalber sichern wir das hier von mehreren Seiten. Dafür sind die Ballister-Towers eher da. Ja, den Agrella-Tempel, den hätte ich gerne auf Maximum, bevor wir irgendwas anderes mit dem anstellen. Majesté! Deine Trading-Poste jetzt offert Feeling-Poste! Genau, das ist sehr schön. Trolle haben eigentlich gar keine Chance gegen Ballister-Türme, jedenfalls wenn sie einzeln auftreten. Der Ballister-Turm hält nämlich ein bisschen arg viel aus. Sovran! Dein Marktplatz ist jetzt besser! Und macht ordentlich Schaden. Was der zweite Punkt ist. Ich meine, so ein Ballister-Turm hält mehr aus als ein abgegradetes Guard-Haus. Der Vorteil vom Guard-Haus ist halt wie gesagt immer noch, dass eine Wache dabei ist. Deswegen werde ich ein Guard-Haus hier aufstellen, um meine zusätzliche Wache hier zu kriegen. So wie ich mich eigentlich auch ein bisschen mit Wizard-Towers absichern sollte. Aber wir Ballister-Tower sind viel besser. Und ja, ich spiele das gerade sehr defensiv aus. Hier haben wir den Leuten noch mehr Grund, den Außenposten zu besuchen. Also ja, die Wellen mit den Vampiren und den Wehrwölfen, die sind harmlos, ganz ehrlich. Und Swap, weg mit dir. Also ja, ich denke mal, mein Außenposten ist sicher. Magic Bazaar, Embassy. Die kann auch ruhig zu meinem Außenposten, die Embassy. Und ja, die Vampire, die haben auch keine Chance gegen meine Settlements. Das ist... Geht so schön. Sovereign! A building has been upgraded! Sovereign! A building has been upgraded! Also ich muss sagen, das klappt gerade recht gut. Die Embassy ist fertig. Gut. Dann machen wir auch gleich die Ranger-Guide hier unten hin. Undaic-Tower ist fertig. Und dann nehmen wir den Abreller-Tempel. Sovereign! A building has been upgraded! Und sichern uns in alle Richtungen mehr ab. Sovereign! A building has been upgraded! Na, das können wir ja. Was sagt eigentlich mein Roster so an? Ach, du bist immer noch ne normale Guard. City Guard Caravan, achso, das wird auch alles ähm... alphabetisch sortiert. Ah, das hilft alles ganz gut bis jetzt. Ich werde wahrscheinlich auch ein Lunar-Tempel bauen statt ein Helios-Tempel. Und mir ist auch hier her... Ein neues Gebäude ist fertig. Schöne, Schöne, Schöne. Die Unholy sind hier. Energie ist auf Licht. So... Fairgrounds, die machen auch was hier. So, wir haben wieder Bill eben auf jeden Fall schonmal. Und wir haben unsere Lightning-Cast. Hier ist die Verteidigung etwas drin. Deine Majesty, ein neues Gebäude ist komplett. Energie ist auf Licht. Sovereign, ein Gebäude wurde aufgeräumt. Oh. Sie greifen neue Orte an. Die Unholy sind hier. Unsere Magik-Bazaar, jetzt gibt es neue Elixir, Deine Majesty. Schöne, Doros. Die Unholy sind hier. Energie ist auf Licht. Das heißt, wir müssen uns noch besser verteidigen. Und ja, ich hau gerade wieder ordentlich Geld raus. Das braucht mir keiner sagen. Das merke ich schon selber. Jetzt noch den Lunar-Tempel upgraden. Da brauchen wir noch ein Sorcerer's Abode. Die Unholy sind hier. Die Energien von Licht. Ich bin weg. Tax-Collector. Tax-Collector. Ihre Magik. Ein neues Gebäude ist komplett. Welches besorgen sie haben wir jetzt sicherlich einen haufen tax collectors 1 2 3 4 5 Also ja eingeigelt sind wir jetzt schon mal recht gut Wobei das immer noch nix zu heißen braucht wenn nämlich so eine komplette armee kommt dann stehen wir wieder blöd da Deswegen will ich hier noch das netz vertiefer Sollte so library ist fertig das heißt Fängt gerade so auf lexen mit wirklich und dings wird nicht teurer Wenn ich sie baue Ist gut zu wissen Außenposten wo ist denn jetzt das Sausse of the boat noch mal Hiho Your majesty a new building is complete Your majesty a new building is complete Your majesty a new building is complete The of light Power of Doros is a Well I Mr I I I I I I I I I So jetzt geht es nur noch ums Goldverdienen im Augenblick Wenn wir so 15.000 rum haben Dann werde ich anfangen die Embassy zu öffnen Und noch mehr Helden auszubilden Ah, das Geld kommt rein Alle Tempels sind ausgebaut Das ist gemischt Das ist Nahkampf und deswegen sind da so Ringe Das ist Schießstand Das ist Magie Und das ist alles, deswegen ist das einfach so ein Parcours Man sieht auch, es werden unterschiedliche Zelte aufgestellt Aber ja, dadurch, dass wir jetzt hier überall Dass wir uns ausbreitet, gebreitet haben Dass wir uns befestigt haben Sind wir eigentlich relativ sicher Die einzige Zerreißprobe meiner Verteidigung Oder unserer Verteidigung Wird nachher, werden nachher die Super Goblin Angriffe sein In the name of the Sovereign Tax collector Your majesty Your majesty A new building is complete With pleasure With pleasure You will get my gold Oh ja, mein Sosso ist ein boat, muss ich noch weiter upgraden Stimmt Da war was Sollte es mich wonder, warum es grad so ruhig ist? So, das war's So, das war's So, das werde ich noch schnell fertig upgraden Dann werde ich speichern Weil ich dann nochmal einen Cut machen werde Und dann werden wir beim nächsten Mal in die Offensive gehen Also anfangen, Helden auszubilden Hauptsächlich über die Embassy ausbilden zu lassen Wobei ich bei bestimmten Gilden Also bei Magier-Gilde Bei der Zwergengilde Nachhelfen werde Und wahrscheinlich auch beim Lunort-Tempel Und beim Agrela-Tempel Mönche und Ranger können dann Sozusagen von der Embassy ausgebildet werden Und dann sehen wir weiter Worauf's hinauslaufen wird Gut, also ich speichere jetzt nochmal Tag 45 mittlerweile schon Dann Zum Main-Menü zurück Da machen wir hier ein Clank Cut Und sehen uns gleich wieder